Mit zuletzt drei Siegen hat Lugano die kleinen Hoffnungen auf einem Playoffplatz am Leben erhalten. Der Start ins Tessiner Derby gestaltete sich für den Hacela aber schwierig. Strafe gegen Nodari, Ambri im Powerplay. Karajas Schuss noch abgeblockt, aber dann stand Inti Pestoni goldrichtig und starbte ab zum 1-0 für die Gäste in der 8. Minute. Dann Lugano in Überzahl. Mark Popovic, was für ein Schuss! Popovic traf von der blauen Linie, Ambri, Goalie Bäumle war die Sicht verdeckt. Wir wechseln wieder die Seite. Powerplay Ambri. Duka. Und dann steht wieder Pestoni bereit, das 2-1. Oder doch nicht? Diese Bilder zeigen, dass der Puck im Tor war. Schiedsrichter Didier Massi hatte aber nur dieses Bild zur Verfügung und aus dieser Perspektive war kein Tor auszumachen. Massi entschied deshalb auf kein Tor. Eine unglückliche Entscheidung, denn sogar auf der Videowand im Stadion war das Tor ersichtlich. Nach über 12 Minuten Unterbruch wurde das Spiel wieder aufgenommen. Ambri nun mit der Wut im Bauch. Der Puck kam zu Kutlak und dann fiel das Tor doch noch. Nur 16 Sekunden nach dem Unterbruch. Kuriose Szenen in der Rezega. Das zweite Drittel. Sie ahnen es, ein Powerplay. Ambri Skutlak traf herrlich zum 3-1. Der zweite Treffer für den Tschechen, in dessen genau 200. Spiel für Ambri. Das Schlussdrittel. Lugano bäumte sich nochmals auf. Jörg mit einem blinden Pass auf Sanitz. Der Anschlusstreffer für das Heimteam in der 45. Minute. Nur Sekunden später ein Konter für Ambri. Karaya, Pestoni und Tuka herrlich zum 4-2. Das war gleichzeitig der Endstand. Ambri beendet die Siegeserie von Lugano. Ich manne. Ich bin da Stabignal. Ich bin da.